Hallo zusammen, ich begrüße euch ganz herzlich zu meinem neuen Video. Heute wären wir eigentlich auf Burgdorf gegangen. Das wäre auf Gras gewesen und da es in den letzten Tagen echt viel geregelt hat, haben sie dann entschieden, dass Samstag und Sonntag auch Griefungen im NPZ Bern stattfinden. Und deswegen gehen wir jetzt halt auf Bern ins NPZ. Das heissen wir jetzt viermal nacheinander durch den Konkurs, aber das ist ja nicht so schlimm. Ich habe einen coolen Anlage. Klar, ich wäre gerne auf Gras gestartet, aber heute wäre auch schon nicht gegangen. Und dann lieber, als dass sie es absagen, dass sie es halt verschieben. Und es ist schon eine Stunde nach hinten überschrauben worden. Das heisst, ich hätte länger schlafen können. Und heute ist es das erste Mal, dass wir mit dem neuen Anhänger gehen. Meiselemi gestern schon eingeladen hatte. Er war schon recht skeptisch, aber erst haben wir noch reingegangen. Jetzt hoffen wir, dass es heute Morgen auch nicht allzu lange geht, dass er einsteigt. Und dass wir dann vermutlich dort sein können. Heute ist zuerst B75, dann B80. Beide mal an mit Idealzeit. Wir hoffen, dass wir uns dieses Mal ein bisschen besser treffen müssen. Und wir können eine Klassierung hinbringen. Ich wünsche euch jetzt viel Spass beim Video. Ich wünsche euch jetzt viel Spass beim Video. Ich wünsche euch jetzt viel Spass beim Video. Nachher bin ich Video. Ich wünsche euch jetzt viel Spass beim Video. Ich wünsche euch jetzt viel Besuch. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020